Optische dicken Messanlagen von Mikro Epsilon sind aus der metallverarbeitenden Industrie nicht mehr wegzudenken. Sie liefern einen wichtigen Beitrag zur Steigerung von Effizienz und Qualität in Kaltwalzwerken und Warmwalzwerken. Die Systeme von Mikro Epsilon messen berührungslos die Dicke von Metallband und Platinen, aber auch Größen wie Profil, Breite und Temperatur werden erfasst. Die Systeme werden als C-Rahmen oder O-Rahmen aufgebaut. Die kompakten C-Rahmen sind besonders wirtschaftlich und vielseitig einsetzbar, wohingegen die robusten O-Rahmen maximale Präzision und große Materialbreiten bieten. Mikro Epsilon setzt auf innovative Technologien aus dem eigenen Haus, die zahlreiche Vorteile bieten. So verzichten die Systeme auf Isotopen und Röntgenstrahlung und sind daher extrem wartungsarm. Die Laserlinien-Messtechnik erzeugt bis zu 1280 Messpunkte pro Profil und das 200 Mal in der Sekunde. Dank dieser hohen Datendichte werden Zunder, Walzemulsion und Rauch rechnerisch kompensiert. Die Messung erfolgt bis zu den Kanten der Metallbahn. Auch die Legierung spielt keine Rolle, egal ob Stahl, Buntmetall oder Aluminium. Sogar die Grund- und Gesamtdicke von Warzenblech und Riffelblech kann mit der Laserlinien-Technologie sicher erfasst werden. Auch bei schwingenden Bändern wird eine hohe Messgenauigkeit erzielt. Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen Mikro Epsilon als führenden Anbieter von optischen dicken Messanlagen in der Metallindustrie aus. Erfolgreiche Installationen in Walzanlagen und Prozesslinien weltweit sprechen für sich. Die multitouchfähige Software kann mit Gesten gesteuert werden. Die Software unterstützt die Produktion und bietet branchenspezifische Funktionen wie zum Beispiel die virtuelle Darstellung einzelner Ringe bei der dicken Messung in Längsteilanlagen. Die integrierte Kalibrierfunktion sorgt für eine maximale Anlagenverfügbarkeit der Messsysteme. Alle Kernkomponenten wie optische Sensoren werden in der Mikro Epsilon Gruppe entwickelt und gefertigt. Die hohe Fertigungstiefe in der Mikro Epsilon Unternehmensgruppe erlaubt es schnell auf Kundenanforderungen zu reagieren. Dabei stammen alle entscheidenden Komponenten und Prozesse aus einer Hand. Mikro Epsilon COUNTE 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 Vielen Dank.